Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich liebe dieses Buch, was hier geschrieben steht. Hören Sie sich das an! Seine muskulöse Rassanz ist mittlerweile Mensch geworden, Abel Teros, und umspannt unsere vom Blitzstrahl der Schöpfung getroffene Hingerissenheit. Hier ist er, Florent Amodio! Florent Amod Florent Amod Florent Amod Applaus 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 John Armonio Euro-Master 2008 Day 4 John Armonio Applaus Applaus